The streets will never forget, Thomas Silberberger. 80 Spiele absolvierte der Tirole in der Bundesliga für den FC Tirol, Austria Salzburg und den GRK. Richtig heimisch fühlte er sich aber beim SV Wörgl in Liga 2, für die er mit Unterbrechung sieben Jahre lang gekickt hat. Apropos Treue. Als Trainer zuerst sechs Jahre in Kufstein und danach folgte 2013 der Wechsel zu seinem Lebenswerk, WSG Wattens. Thomas Silberberger übernahm die Kristallkicker in der Regionalliga und führte sie 2019 in die Bundesliga. Der Rest ist Tiroler. Fußballgeschichte, die WSG noch immer erstklassig und Silberberger tritt als das Gesicht des Vereins zurück. Und daher stelle ich mir die Frage, auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war bzw. ist Thomas Silberberger? Absolute Trainerlegende in der Bundesliga. Aufgrund dessen, was er mit WSG geleistet hat, kriegt er von mir 94. Thomas Silberberger, auch für mich ein Wahnsinnscharakter. Ich hoffe, er kommt bald wieder wo unter. Von mir gibt es eine 92. Okay, für mich sind es 83. Anser-Konferenz, gehen wir es an. Ich ging zu abtäuschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz geht es natürlich zu der Sache. Meine Damen und Herren, heute ist es endlich soweit. Die Ballon 1-Verleihung der Anser-Konferenz steht an. Wir werfen einen Blick zurück auf die abgelaufene Spielzeit. Unsere Awards zählen, die anderen sind eher orange. Aber zunächst mal, wir haben endlich wieder einen neuen Meister. Beziehungsweise endlich mal ist diese Serienmeisterschaft von Red Bull Salzburg durchbrochen. Wie habt ihr das Saisonfinish erlebt? Zwei Sachen. Zunächst einmal, ich bin mit dem Namen der Awards unzufrieden. Aber wurscht. Zweitens einmal herzlichen Glückwunsch an den SK Sturm Graz zu diesem hochverdienten Double. Hut ab. Danke für den sympathischen Einstieg. Dass alles andere Arsch ist, nur unsere Sachen nicht. Hannes, super. Und auch von mir Chapeau, Sturm, verdienter Meister. Es war schon nochmal brenzlig, würde ich jetzt ja nicht sagen. Aber trotzdem so gefühlt ist der Druck von Minute zu Minute schon größer geworden bei den Blackies. Vor allem angesichts des Zwischenstands in Salzburg, war man da schon auch ein bisschen unter Druck? Man hat gemerkt, dass sie ein bisschen zum Nachdenken anfangen im Laufe der Partie. Also es waren so ein, zwei Momente. Mein erstes Mal, dass sie nach dem 1-0 sich dermaßen eigentlich aus dem Spiel genommen haben und nur mehr verteidigt haben. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, ob das gut geht und dann noch dieser Stangenkopfball. Also ich glaube, wenn sie da den Ausgleich kassiert hätten, ich weiß nicht, ob sie da zurückkommen wären. Ja, aber schlussendlich hat er dann einmal die Kameraden noch den Deckel drauf gemacht. Ein Liga-Zwa-Kicket, der schlussendlich dann auch den Meistertitel fixiert hat. War ein richtig geiles finales Drama, finde ich. Das hat diese Saison verdient gehabt. Wir haben in der letzten Anzahlkonferenz auch darüber gesprochen, ja, dann geht Sturm vielleicht in den ersten zehn Minuten mit 2-0 in Führung und dann ist das Ganze gegessen. So war da schon auch viel Spannung noch drin. Stell dir vor, die hätten die Ergebnisse von Salzburg in Sturm durchgesagt oder an Anzeigetafel, dann wären es noch viel mehr ins Schwitzen gekommen und dann wäre es, glaube ich, auch nichts geworden. Aber ja, wie der Harak gesagt hat, beim Stangenkopfball, da ist mir auch auf einmal kurz das Herz stehen geblieben. In manchen Situationen geht der nämlich dann rein und dann, glaube ich, wäre es eben auch sehr, sehr schwierig geworden. Aber ja, im Endeffekt haben sie es tatsächlich geschafft. Seien wir ehrlich, verdient der Meister, also vierter Vereinsmeister. Meistertitel der Vereinsgeschichte und dieser Titel geht meiner Meinung nach auch in Ordnung, obwohl es ja der erste Meistertitel ist seit der Liga-Reform, wo eigentlich Salzburg mit mehr Punkten, wenn die Punktealbierung nicht da gewesen wäre, wäre Salzburg... Punktgleich werden sie. Ja. Die Liga ist so, wie sie ist. Und mein erstes Mal, man muss dazu sagen, von den letzten vier Titeln hat drei der Esker Sturm geholt. Und dass Graz die Fußballhauptstadt Österreichs ist, zumindest 2024, ist auch unbestritten. Ja, generell die Steiermark. Ich meine, Vorzberg hat dann auch in der Regionalliga Mitte noch den Titel geholt. Und der Landesliga hat auch ein steirischer Verein gewonnen. Ja, okay, aber Regionalliga Mitte muss kein steirischer Vertreter jetzt das gewinnen. Und ich meine, ich finde es dann immer cool, solche Tage sind natürlich auch für Social-Media-Abteilungen der Vereine ganz wichtig. Denn einerseits, du weißt ganz genau, du kannst mega Reichweite generieren, aber eben auch ein bisschen deppert, denn du musst zweigleisig planen. Einerseits, juhu, wir sind Meister. Und andererseits, schade, aber danke für eine richtig geile Saison, Jungs. Wir kommen nächstes Jahr zurück. Und was weiß ich, Hashtag ComebackStrong, irgendeinen so einen Kack. Ich hasse diesen Hashtag, jeder... Also, egal. Aber da ist der Sturm Social-Media-Abteilung ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn sie sind da rausgegangen mit einem Posting beziehungsweise einem Bild einer Meisterschale, wo ich Zweitligameister nur gelesen habe. Also, wenn du da genauer drauf geschaut hast, sind die Mannschaften der Zweitligameister eingraviert gewesen und eben nicht die österreichischen Meister. Wer schaut sich das so genau an? Ich. Und warum? Ich und scheinbar auf Twitter auch ein paar andere, denn Sturm hat das Ganze dann auch wieder gelöscht und hat das noch korrigiert. Also, es ist die aktuelle Variante, die online ist, die passt ja. Aber zunächst waren eben Scholz-Grüdig, SV Mattersburg, Admira und... Lust an einer. Vielleicht war es auch als Hommage an den Stadtrivalen gedacht. Vielleicht. Ich glaube es aber nicht. Dann hätten sie es ja draußen gelassen. Also, von dem her... Vielleicht ist die gleiche Agentur betreut auch den GAK. Wir haben schon vorgearbeitet für das GAK-Meister-Posting dann am Samstag, wenn die eben auch die Schale bekommen. Aber dann ist es ja ein Schild. Also, von dem her, es macht eigentlich keinen Sinn. Das ist sehr kurios auf jeden Fall. Ein bitteres Hopperl auf jeden Fall, das eigentlich überhaupt nicht passieren darf. beziehungsweise frage ich mich auch, wie das passieren kann, weil selbst wenn man keine Ahnung hat von Fußball, dann sollte man vielleicht eventuell schon mal gehört haben, dass Salzburg die letzten zehn Jahre einfach so gut wie... Also, jede Meisterschaft gewonnen hat. Also, von daher frage ich mich wirklich, wie das passieren könnte. Wenn man keine Ahnung von Fußball hat, sollte man keine Meister-Postings für den Esker Sturm machen. Ja, aber jetzt... No offense. Also, ich meine, sie haben trotzdem einen tadellosen Job erfüllt. Also, wir letztendlich nicht zu sehr gegen die Social-Media-Abteilung von Sturm schießen. Also, das war schon richtig gut auch abgewickelt, eben diese kleinen Fehler. Kurioses, kleines Hummler, aber sei es drum. Mehr nicht. Egal, bei uns gibt es heute die ANSA Awards. Ich weiß nicht, ob es damit vielleicht ein bisschen zufrieden ist. Nehmen wir die ANSA Awards, kurz AA. Welche Kategorien haben... Ich muss das klären. Nein. Welche Kategorien haben wir denn im Angebot? Ist es eine Frage? Ja. Okay. Keine Ahnung, was haben wir? Spieler der Saison, Trainer der Saison, Aufsteiger der Saison, Überraschung, der Saison, Enttäuschung der Saison, Spiel der Saison, Aufreger der Saison, Transfer der Saison. Zack, zack. Bitte gerne. Gehen wir gleich durch. Fangen wir an? Ja. Freestyle. Fangen wir mit dem langweiligsten im Grunde an, der Spieler der Saison. Wer ist der Spieler der Saison laut der ANSA-Konferenz? Schieß es mal raus. Fang du an. Mein Spieler der Saison. Otter Kitteschwille vom SK Sturm. Meiner ist Karim Konaté von Red Bull Salzburg. Und meiner Marco Grüll. Warum hat sich der Otter so gewählt von den Trainern, Präsidenten und Managern der Station Bundesliga? Der SK Sturm ist Meister geworden und er ist der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat. Er ist der Unterschiedsspieler beim SK Sturm, hat wieder eine überragende Saison gespielt und das, ja, für mich ist, auch was die Konstanz seiner Leistung angegangen ist, niemand an Otter Kitteschwille herangekommen. Für mich war, ich habe geschwankt zwischen Marco Grüll und Otter Kitteschwille, ich habe gewusst, dass du den Otter nimmst und ich würde dann nicht das Gleiche sagen wie du, deswegen habe ich mich dann auch für Marco Grüll entschieden. Aber ich sehe das wirklich ein Duell auf Augenhöhe, denn wenn es jetzt so diese ganzen Vereinserfolge von Sturm weglässt und wirklich nur dich fokussierst auf die Leistung eines Kickers in der Saison, dann war meiner Meinung nach eben Marco Grüll der beste Fußballer, der in der österreichischen Bundesliga unterwegs war. 13 Tore, 7 Assists, ich meine, der hat Rapid über Monate getragen, wer weiß, wo Rapid gespielt hätte, wenn ein Marco Grüll nicht da gewesen wäre. Und vor allem nach der Bekanntgabe seines Transfers zu Werder Bremen, das war gefühlter Brustlöser, da ist er erst richtig dann nochmal explodiert, wie es mir vorkommt. Wollte sich ja auch sicher noch für die Euro ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich verstehe den Pick vom Harald sehr gut, ich habe nämlich auch geschwankt zwischen Kitteschwille und eben Conanté, da ich nicht das selber haben wollte, habe ich mich dann für den jungen Conanté entschieden, der finde ich in seiner allerersten ganzen Bundesligasaison mit 20 Toren, ich meine, der Junge hat alle 93 Minuten eigentlich mal oder weniger das Tor getroffen, das gibt mir schon ein bisschen Harland-Vibes und ohne seinen Toren wäre die Meisterschaft noch früher entschieden gewesen, in meinen Augen. Von daher habe ich mich für ihn entschieden. Aber ich sage dir rapid, weil letztes Jahr auch irgendwo gewesen hätten Sieg wie der Burgstall und ich habe da also von daher... Nein, aber schau, wenn Marco Grüll in der Saison schwarz getragen hätte, dann hätte es keine Diskussion gegeben, dann wäre Marco Grüll der Spieler der Saison gewesen. Es hat genau auf der Position mit Parasia interessanterweise auch noch einen potenziellen Kandidaten gegeben, der ist ein bisschen schwierig auch bei diversen Wahlen zum Team der Saison wahrscheinlich, wenn man das links nimmt. Conanté finde ich auch für die erste ganze Saison richtig stark, also diese Diskussion, dass Salzburger Stürmer ein Problem hat, ich meine, der hat 20 Tore gemacht in der Saison. Ja, aber das ist ja nicht unsere Diskussion zu erstellen, weil das haben wir das Öfteren auch gehabt. Ja, macht ja nichts. Das mache ich trotzdem gerne. Was aufgrund des Titelkampfes, finde ich, ein bisschen untergangen ist und auch weil er dann hinten raus viel verletzt gefällt hat, Robert Schul, habe ich auch noch sehr weit vorne gehabt und rein fußballerisch, Oskar Kloch. Ja, der war auch bei meinen Favoriten mit dabei. Ich meine, die Bundesliga hat, glaube ich, das Ranking gehabt, Kittisch, Willi, Brass und dann schon auf der 3 Marco Grüll, oder? Ja, auf 4 war dann Kloch und auf 5 Robert Schul. Also Konaté gar nicht unter den Top 5? Ja, weil er in einer anderen Kategorie, also die Bundesliga hat ja noch den besten Newcomer und da ist Karim Konaté auf der 1 vor. Jetzt legst du es gleich vor. Vor Leo Querfeld, dritter Oskar Kloch, also der Tochter hat er noch einmal warf, vierter Biref und fünfter Ballo. Bitte Harald erklär es mir. Ja, weil wir haben Ballo und Querfeld. Wir haben alle gesagt, in welcher Welt sind Querfeld und Ballo, Newcomer, Newcomer, die Bundesliga hat irgendwie, glaube ich, vermischt den Youngster und den Newcomer, also den U22-Spieler. Wenn man es als bester Youngster nimmt, kaufe ich es, wenn man Querfeld und Jano Ballo als Newcomer mitnimmt, dann kaufe ich es nicht. Nein, also ich glaube, das muss man einfach umbenennen. Denn ein Aufsteiger ist eben wirklich für mich auch ein Spieler, mit dem man nicht gerechnet hat und auf einmal ist er da. Ja, Newcomer. Mein Oskar Kloch ist mehr oder weniger, ja, das wird jetzt auch seine volle ganze Saison, aber der hat auch schon die letzte Saison im Frühjahr gespielt und Karim Konaté ist auch schon hier und da mal eingesetzt worden im Frühjahr. Aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen nicht ganz nachzuvollziehen, warum das Newcomer heißt. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr heißt. Vielleicht gibt es ja da eine Veränderung. Aber ich glaube, Spieler der Saison, also ich gehe auch mit der Otakiti-Schwille, also ganz ehrlich, ich meine, ich finde den auch überragend gewesen in der Saison, vor allem in den wichtigen Spielen einfach auch viele Tore erzielt und das ist eben wirklich so ein Kreativkicker, der dir eben auch den Unterschied ausmachen kann in ganz wichtigen Spielen. Und jetzt hat er eben in der letzten Runde gefehlt, aber ich glaube dennoch, also ich habe mich auch für Marco Krüll entschieden, weil ich finde, dass das Kollektiv wenig überraschend von Sturm einfach besser war als jenes von Rapid. Sprich, da ist dann eben diese Einzelleistung von Marco Krüll noch mehr hervorgestochen und ich glaube, dass Sturm gewagte These, aber auch ohne einen Otakiti-Schwille um den Meistertitel hätte mitspielen können in dieser Saison. Die sind so gut aufgeschickt. Schau, du hast dir trotzdem ein Brast an den Hohenwand. Die einzigen Niederlagen, die Sturm kassiert hat, waren ohne Kitaspiele. Ja, gut. Der war schon einfach sehr wichtig, er ist die kreative Ader einfach gewesen da vorne. Und nur noch ganz kurz zum Abschluss, Marco Krüll, das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern oder sonstiges, weil man sich immer so auf diese 13 Tore aufhängt, das waren halt 8,5 Meter davon. Ja, aber die musst du auch reinhauen. Ich weiß auch, dass viele Angriffe und alles über Marco Krüll gegangen ist und dass er auf jeden Fall die treibende Kraft war. Aber man muss schon noch bei allen Respekt halt eben sagen, es war viel Hilfe. Wenn es eine Heatmap gegeben hätte von Rapid in der Saison, dann wäre es dunkelrot auf der linken Seite von Marco Krüll gewesen. Es war ja wirklich so fokussiert, der Spielaufbau und generell jede Offensivaktion über links, also der hat eben auch den Ball gefordert und ich finde, da hat er eben auch den nächsten Step in dieser Saison gemacht. Aber gehen wir gleich weiter zur nächsten Kategorie. Spieler der Saison ist abgeschlossen. Wer ist euer Trainer der Saison? Bitte Patrick. Ich habe mich für Peter Pakkul entschieden. Mein Trainer der Saison, Markus Schopp. Und mein Trainer der Saison, Chris Ilzer. Warum habt ihr nicht den Meistertrainer genommen? Weil ich wusste, einer von euch nimmt. War bei mir auch so. Wir haben ja auch beschlossen, Doppelungen sind möglich. Wird sich, glaube ich, auch sicher noch hier und da mal ergeben. Aber beim Trainer, da finde ich, kann man eben auch argumentieren mit meinem Pick Peter Pakkult, aber auch eben Markus Schopp von Harald seiner Seite. Peter Pakkult hat, ja, eh schon so oft gesagt, drittes Mal jetzt mit Klangfurt im oberen Playoff, drittes Mal überhaupt keine Abstiegssorgen gehabt. Und der Typ ist halt auch einfach eine Bundesliga-Legende. Ein Original. Ja, das ist auch so. Auch wenn man sich den Kader anschaut von Osterklagenfurt, wie klein der ist in Wahrheit und wie wenigen Spielern das erreicht hat, was er erreicht hat, ist schon richtig stark. Ich habe mich für Markus Schopp entschieden, auch weil er ein bisschen in dieser Doppelfunktion Trainer und Sportdirektor sehr viel, sehr gut und sehr richtig gemacht hat. Ich meine, die waren letztes Jahr Zehnter, haben jetzt die Saison auf Platz 5 beendet, spielen womöglich wieder Europa Cup. Also Markus Schopp hat den Verein und die Mannschaft schon extrem entwickelt und was mir bei Markus Schopp auch sehr imponiert ist, dass er diesem Pressing-gegen-Pressing-Fußball da eine sehr klare, deutliche Philosophie entgegensetzt. Und Hardberg-Spieler sind einfach attraktiv anzuschauen. Das kann man von Teams, die über Hardberg gelandet sind, nicht zwingend immer behaupten. Nein, absolut. Ich meine, die haben natürlich auch spektakuläre Spieler dabei mit Antonin Saftiay und Co. Also von dem her, die sind da vor allem in diesem Kreativbereich schon gut aufgestellt. Dennoch, Alter, der Meistertrainer, der diese Serienmeisterschaft, diese Serien-Serie von Red Bull Salzburg durchbrochen hat und das war jetzt keine Ausreißersaison, die Spielzeit von Sturm. Ich meine, das hat sich kontinuierlich in den letzten Jahren gesteigert, Sturm Graz unter Chris Ilzer und jetzt hat man das Dubel geholt. Gott sei Dank hast du ihn genommen, sonst würden wir jetzt alle deppert. Nein, das wird natürlich so. Nein, muss man neidlos anerkennen. Also was Chris Ilzer da entwickelt hat in Graz, das schon alle ehren wird. Gemeinsam mit Andi Schicker, muss auch immer erwähnt sein, und dennoch ein besserer Punkteschnitt als Ivi Zosim. Und ich glaube, wenn in 20 Jahren vielleicht nur irgendwie eine Answer-Konferenz mit unseren Nachfolgern da über den Tisch geht, dann wird man zurückblicken auf diese 20er Jahre und da hat Chris Ilzer eine prägende Ära einfach auch mitgestaltet. Also der wird als absolute Trainerlegende in die Geschichtsbücher des österreichischen Fußballs eingehen. Hast du da gerade von unserem Nachfolgern gesprochen? Nein, in 20 Jahren bin ich, also warte, da bin ich noch gar nicht in 20 Jahren. Du, Pension wird es bei mir zum Beispiel gar nicht mehr geben, glaube ich. Also ich hacke das sowieso, bis ich das Barte Zettel am Rücken habe. Also von daher. Okay, dann werden wir in 20 Jahren da sitzen. Ich glaube, das Ziel vom Hannes ist, während dem Podcast ein Tod umzufolgen. Mit diesen Trenden. Vielleicht. Mit Stil. Die Frage ist natürlich, geht er jetzt noch in die Champions-League-Saison oder geht er weg? Das ist wirklich die Frage aller Fragen. Ich meine, so einen hohen Marktwert, wie er jetzt hat, so interessant, wie er vielleicht jetzt ist, wird er nie wieder sein. Kann natürlich auch sein. Egal, was jetzt er noch kommt in der Ära von Chris Ilzer. Du kannst natürlich in der Champions-League-Saison schon noch einmal auf dich aufmerksam machen. Aber endlich wird auch ein bisschen davon abhängen, welche Angebote er hat. Bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Vor allem bei Stumms sind einige, im Fragezeichen, auch hinter Spielern und eben auch hinter Andi Schicker, hinter Chris Ilzer. Bin gespannt, ob man eben dieses Package da zusammenhalten kann. Ich sage dir auch, ein Chris Ilzer wird nur dann den Verein verlassen, wenn das Package bei seinem neuen, künftigen Arbeitgeber auch voll und ganz passt. Weil er weiß, was er an Sturm hat. Es kommt natürlich auch darauf an, was Andi Schicker macht. Wenn er bleiben wird, gibt es für Ilzer wahrscheinlich auch noch einmal ein weiteres Argument, dass er da bleibt. Also da kommt es auf so viele Faktoren an, deswegen das wird ein sehr spannender Sommer jetzt für Sturm. Das Trainer-Trainertomino fängt erst an. Wenn die Bayern sich in den nächsten sieben Monaten für einen Trainer entscheiden, dann geht es erst richtig los. Ich glaube mittlerweile Thomas Silberberger, FC Bayern-Trainer. Eigentlich, warum wird beim FC Bayern nie der Name Jogi Löw eigentlich einmal gehandelt? Also von dem her, der wäre eigentlich auch... Ich meine, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber mittlerweile... Ja, hallo. Ich meine, es sind so viele Namen, die jetzt abgesagt haben. Also wenn du jetzt daherkommst mit Company, ich meine, der glaube ich... Das ist super random. also woher kommt dieses Gerücht? Nein, der ist jetzt abgestiegen mit Burnley. Ja, der ist mit Burnley abgestiegen und der soll Bayern-Trainer werden. Aber nicht als Letzter, sondern als Vorletzter. Also immerhin. Macht keinen Sinn. Immerhin. Wie schaffen wir jetzt die Brücke zum österreichischen Fußball? Absteiger, beziehungsweise... Nein, der Aufsteiger. Es gibt auch immer Aufsteiger. Wer ist euer Aufsteiger der Saison? Harald, bitte, Deiner. Mein Aufsteiger der Saison, Max Entrup vom TSV Hardberg. Auch mein Aufsteiger der Saison, Max Entrup vom TSV Hardberg. Für meinen Take braucht es einen Karnevalsdusch. Aufsteiger der Saison, Blau Eislinz. Das machen wir zunächst mit... Der Schenkelklopfer jetzt. Ja, das war sicherlich ein guter Schenkelklopfer. Dann machen wir aber mit eurem Pixme weiter. Max Entrup. Ehe überragend. Na ja, ganz ehrlich. Aus der Regionalliga im Sommer bei Hardberg angedockt und dort halt sofort eingeschlagen. Man ist ja nicht einmal so, dass jetzt vielleicht eine Saison weiter unten gespielt hat. Der hat jetzt ein paar Jährchen in der zweiten und dann vor allem in der dritten in der Regionalliga Ost gespielt. und dass er da so einschlägt und im Endeffekt dann auch im Nationalteam angekommen ist, dort auch sogar sein erstes Tor erzielt hat. Kann man nur den Hut ziehen. Das ist für mich ganz klar der Aufsteiger der Saison. Max Entrup war praktisch weg aus dem Profifußball. Ja, ich meine, Machfeld ist definitiv weg vom Profifußball. Ja, das Machfeld ist weit weg vom Profifußball. Macht einen Wechsel in die Bundesliga und fahrt. Ich meine, wir haben Montag 12 Uhr und wird aller Voraussicht nach zur Europameisterschaft mitfahren. Dienstag? Dienstag 12 Uhr, stimmt, ja. Gewohnheit. Macht ja nichts. Ja, überragend, was der in der Saison geleistet hat, überragend, wie ihn Hardberg eingesetzt hat. Bin echt gespannt, wie es da weitergeht und ob er das in der Richtung halten kann in der kommenden Saison, wo er es unter Umständen halten kann. darf, ob es Hardberg ist, ob es vielleicht eher das Ausland ist, ob es vielleicht eher ein anderer, prominenterer, größerer, kann man fast nicht sagen, prominenterer Bundesliga-Verein ist. Ich glaube, ich sage da so, ich würde einem Maxi Entrup raten, ins Ausland zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, ich befürchte, weil das ist jetzt nur meine Befürchtung, mein Bauchgefühl sagt mir, Maxi Entrup ist ja one season wonder. und nach der Saison wird es ganz schwer werden für ihn. Du hast jetzt diese eine Möglichkeit, du hast einfach jetzt richtig abgeliefert in der Saison, du hast jetzt die Chance, die Brücke ins Ausland wurde gebaut, nützt sie, bevor sie einbricht? Naja, ich glaube, für ihn ist wichtig, dass er einen Verein hat oder eine Mannschaft hat, wo viel auf ihn zugeschnitten ist. wenn er weiß, dass er sein Fixlevel hat, wenn er weiß, dass er seine Bälle so wie er es braucht, glaube ich durchaus, dass er auch funktionieren kann oder funktionieren wird. Weiterhin. Ja, du, vielleicht soll er eh in Hardback bleiben und wenn der ganze Spielstil und die ganze Taktik auf seinen Stürmertyp im Grunde ausgerichtet ist, dann wäre es ja ein Fehler zu gehen, aber ich glaube, gerade wenn es jetzt monetär noch ein besseres Angebot gibt im Ausland und es war ja auch mal die Championship im Gespräch, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Verein in England. Zweite deutsche Bundesliga auch einmal kurz. Kiel, oder? Kiel, oder? Wir sind jetzt aufgestiegen. Ja, ich sage dir, es wird auch ganz darauf ankommen, wie die Euro halt einfach für einen Maxi-Entrup verläuft. Ich stelle dir vor, der wird einmal eingewechselt im ersten oder zweiten Gruppenspiel und dann trifft er einmal und dann fliegt er. Dann ist alles möglich. An seiner Stelle würde ich noch pokern. Ich würde die Euro mal ins Land ziehen lassen. Ich glaube, das machen einige. Ich glaube, das werden nur einige Kicker machen. Bevor wir über Blau-Weiß sprechen, noch ein, zwei Spieler, die ich noch am Zettel gehabt hätte. Matthias Seidel aus der zweiten Liga kommen zu Rapid, wo viele dachten, schauen wir mal. Sich richtig etabliert in der Bundesliga, einer der besten zentralen offensiven Mittelfeldspieler, auch einer, der den Unterschied machen kann, einfach ein riesiger Kreativspieler und auch Teil vom ÖFB-Kader in letzter Zeit immer wieder gewesen. Christoph Lang? Ja, ich meine, der ist letztens so abgestiegen mit den Riedern. Ich meine, war nur ausgeliehen, aber dennoch, also dieser Rise in Hapeg und dann eigentlich auch bei Rapid gesetzt gewesen und hat seine Spiele gemacht, ich glaube, da wird man noch viel Freude auch mit einem Christoph Lang in Hütteldorf haben. Und Pallo. Gerne Pallo? Gerne Pallo, überragend. Den habe ich gefühlt schon im Kopf so ein bisschen abgeschrieben gehabt, aber mega Saison gespielt. Ja. Also sehe ich auch sein, aber was sagt du jetzt zu meinen Aufsteigern? Ich meine, ja, ist natürlich jetzt eine Doppeldeutung mit Aufsteiger der Saison, aber dennoch. Ich meine, die haben die ersten, was waren es, die ersten fünf Runden einen Punkt gehabt, jeder hat im Grunde schon Blau-Weiß-Lins abgeschrieben gehabt und dann boom, dann kommt der Sieg gegen die WSG, dann gewinnst du auf einmal auswärts bei Red Bull Salzburg, feierst zu Hause einen Darbysieg gegen den Nask mit 2 zu 0 und am Ende der Saison darfst du sogar noch ein bisschen von Europa träumen, also es war schon eine geile Debüt-Saison. Ja, vor allem behältst du die Nerven dann in dieser Quali-Gruppe, was zwischendurch auch einmal kurz vorhin gesagt hat, jetzt könnte es noch eng werden für Blau-Weiß, haben sie dann letztendlich relativ souverän hingekriegt, also auch angesichts der Abgänge, die sie zu verzeichnen hatten, also ich finde, der Kader ist jetzt nicht viel stärker worden, als es in der Aufsteigssaison war. Eine ähnliche Situation bei Austria Lust war vor zwei Jahren, wenn du zurückdenkst. Auch damals Mohamed Jam, Haris Tabakovic verloren, da ist man gefühlt auch mit einem schlechteren Kader in die Bundesliga gegangen und hat dann überragend gespielt, der Saison weniger und dennoch, sie haben sich dann von dieser Euphorie, auch wenn es im Grunde die ersten Runden nicht da war, haben sie sich dann aber nochmal zurück in die Spur eingefügt. Es hat der ein oder andere Spiel ein bisschen gebraucht, um in der Bundesliga anzukommen, aber es haben dann eben sehr viele aus diesem Aufsteigerkader bewiesen, dass sie Bundesligaspieler sind. Für mich ist Blauweiß auf jeden Fall auch ein Gewinn für die Liga, ein schönes Stadion noch mit den Fans dazu. Haben sich das absolut verdient und können sehr, sehr stolz auf diese Saison sein, ohne Frage. Ronny Waldo, endlich Bundesliga sind Tore, die Geschichte ist halt auch mega. das Goldtauch erzielt in Salzburg. Geile Geschichte. Dazu später mehr. Machen wir doch gleich weiter. Was war die Überraschung der Saison, Patrick? Für mich war die größte Überraschung auf jeden Fall dieser Titelkampf bis zur letzten Runde. Gehe ich mit? Auch für mich Titelkampf? Ich glaube es ähnlich, meine größte Überraschung ist die fehlende Salzburger Souveränität. Ja, ohne diese Souveränität hätte es eben diesen Titelkampf nicht gegeben. Ich war auch etwas überrascht, dass es dann, also ich meine, ich glaube vor zwei Monaten habe ich Salzburg schon zum Meister gekürt, dass die dann sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und dann haben sie so stark nachgelassen. Wie kann man die Saison aus Salzburger Sicht jetzt eigentlich einordnen? Mit diesem ganzen Dam-Dam vorab der Saison mit Freunden, mit Jaisle und Co., mit der ganzen Verletztenliste? Schwierig, aber ich glaube es war so ja, es war so ein bisschen der Abgesang einer Ära gefühlt. Also mit Christoph der gegangen ist, es wird jetzt glaube ich auch ein relativ großer Umbruch im Kader sein. Ich bin gespannt, wie sie den Kader kommende Saison ausstellen. Ich bin gespannt, wie bei Blinders Salzburg spielen lassen wird. Kommt auf jeden Fall auch auf Bernhard See und Buchner viel Arbeit zu in diesem Sommer. Wir haben einen Punkteschnitt von 2,09 Salzburg, das ist der schlechteste seit der Saison 15, 16. Damals Zeidler, Leitsch, Oskar Kassier, damals drei Trainer auf der Betreuerbank gesessen. Seitdem haben sie einen Schnitt von immer zumindest 2,3 gehabt. Was eigentlich irre ist, ein Punkteschnitt von 2,3. Teilweise mit 2,5. Bin echt gespannt. Es sind ein paar Sachen nicht ganz herumgegangen. Wenn man sich das ganze Verletzungsbecher anschaut, wer weiß, wie Salzburg die Saison gespielt hat, wenn Fernando in 30 Partien zur Verfügung steht, wenn Cabaldo durchgehend fit ist. Aber von den Nachschiebern waren da wenige da, wo man sagt, passt das in Einkommen. Dieser zweite Anzug hat einfach gefehlt, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, es ist auch Andi Ulmer, der hat auch sehr viel verletzungsbedingt gefehlt und ich glaube, der ist auch so ein Leithammel, eine richtige Leitfigur, die, was am Feld auch einfach fehlt für die Jungen. Ich glaube, die haben all das nicht mehr auffangen können, natürlich auch nach dieser unglückliche Geistlerabgang im Sinn von den Spielern, weil der auf einmal von einem Tag auf dem anderen war er weg. Dann verlierst mit Gerhard Struber noch einen Trainer, das ist jetzt auch nicht förderlich für die Köpfe. Und dann verlierst einmal ein, zwei Spiele, dann läuft es einmal nicht. Dann haben sie in der Meistergruppe auch mal drei Spiele nicht gewonnen. Und dann war dieses so mehr oder weniger eh schon gelaufen, auch wenn es bis zum Schluss spannend war und der Abschluss mit dem 7-1 gegen Laske auch versöhnlich war. Man hat nicht immer das Gefühl gehabt, dass da alle am Stang sind. Ich glaube, es war ein bisschen Krippchenbildung innerhalb der Mannschaft, der eine oder andere hat sich schon woanders gesehen. Es war nicht dieser letzte Wille da, das wirklich gescheit am Ende raus vielleicht eher wieder, wo Uno Cinell übernommen hat. Dieses Spiel gegen Laske spricht eh Bände eher, wozu sie im Stande gewesen wären. Aber ich glaube nicht, dass 100% des Kaders über 95% der Spiele 100% gegeben haben. Ja, mir hat auch die Identität gefehlt bei Salzburg in der Saison. Sie haben sich immer wieder mal phasenweise aufflackern lassen, wo man doch hat, wenn Fernando kickt hat, meiner Meinung nach, dann hat man sich gedacht, okay, wenn sie das jetzt über eine längere Zeit machen, wäre so ich das schlagen. Aber ja, sie waren einfach nicht konstant genug und es hat zu viele Nebenschauplätze gegeben und man hat es gesagt, das ist das Ende einer Ära. Glaubst du wirklich, dass das perspektivisch dass die eine Saison jetzt eher nur ein Ausreißer war oder siehst du wirklich auch in Zukunft in den nächsten Jahren das Sturm jetzt so aufgrund der Champions League Kohle wirklich auch Richtung Salzburg über einen längeren Zeitraum Druck ausüben kann. Salzburg kriegt ja auch 50 Mille. im Grunde genommen es wird halt eben auch ganz darauf angekommen wie groß der Umbruch jetzt einfach im Sommer ist. Also vielleicht auch im Sinne der Transferpolitik vielleicht kommt man Salzburg auf die Idee dass es vielleicht auch ganz gut ist ein zwei Routiniers wieder zu haben die da spielen vielleicht war es tatsächlich das was gefehlt hat sowohl in der Kabine als auch auf dem Feld Ich meine das haben sie immer gehabt du hast Junuzovic auch über einen längeren Zeitraum dann als Führungspersönlich Auch wenn es vom Alter jetzt eigentlich nicht so passend ist aber für mich war Maxi Wölber auch ein richtiger Führungsspieler obwohl er auch eigentlich Anfang 20, Mitte 20 war wie er gegangen ist der Abgang hat ihnen auch glaube ich sehr sehr weh getan Maxi Wölber Junuzovic du hast jetzt den Ulmer den du verlierst als Führungsspieler also ja vielleicht ist die ERA schon längst zu Ende sie haben einen von vier möglichen Titeln geholt in den letzten zwei Saisonen Ja ich bin gespannt also wirklich ich hoffe dass es nicht eine Ausreißersaison war und in den nächsten zehn Jahren Salzburg wieder gefüllten mit zehn bis 15 Punkten Vorsprung den Titel holt es wird eben entscheidend sein was jetzt der Sturm Graz mit dieser Champions League Saison macht was sie mit dieser Kohle macht man hat es gut gesehen in Deutschland bei Union Berlin die waren ein bisschen über Vorrat scheinbar und haben komplett die Transfer Strategie gewechselt ist nicht aufgegangen haben jetzt gerade noch den Klassenhalt geschafft also das wird jetzt total entscheidend sein was in dem Sommer passiert denn einerseits du hast aus der Salzburger Perspektive nicht mehr dieses Ass im Ärmel dass du fix in der Gruppenphase der Champions League bist da werden viele gibt es eine Geschichte mit Salzburg so oft habt ihr es jetzt nicht geschafft euch auf diesem Weg zu qualifizieren für die Gruppenphase und Europa League dafür tue ich mir Österreich jetzt nicht auch und andererseits natürlich was macht Sturm mit der Kohle wir haben jetzt jahrelang gesagt wenn Salzburg schwächelt musst du da sein zu wem auch immer zum Lask zu Sturm das ist Sturm jetzt gelungen nur die Frage ist was macht Salzburg jetzt jetzt hat Salzburg schwächelt jetzt war wer da jetzt muss Salzburg zeigen dass es eben nur Ausreißer war und dass sie ganz klar die Nummer eins im österreichischen Fußball sind aktuell sind sie es nicht sie waren definitiv eine Enttäuschung in dieser Saison aber apropos Enttäuschung wir machen gleich weiter mit der also ich habe noch eine andere Überraschung im positiven Sinne das ist der Zuschauerzuspruch in der Bundesliga in der Saison wir haben glaube ich insgesamt einen Schnitt von fast 8000 und wir haben mit Rapid Sturm Lask der Austria und Salzburg fünf Vereine die einen Schnitt über 10.000 haben ich glaube alle werden letztendlich über 12.000 sein in der Saison und mit Rapid Sturm und der Austria drei Vereine sogar die nie unter 10.000 Zuschauer gefallen sind und jetzt kommt der GAK und jetzt kommt der GAK der Schnitt haben wird aber ganz ehrlich die werden 5000 plus haben also wenn dann die großen Spiele gegen Rapid gegen Sturm gegen Salzburg kommen dann wird das Stadion fast ausverkauft sein also davon gehe ich aus also wie gesagt ich finde die Entwicklung wirklich leimend in Österreich was die Zuschauerzahlen angeht was die Fankurven angeht ist richtig richtig cool hat wahrscheinlich in erster Linie mit diesem Podcast zu tun ja wir haben Anfang des Jahres begonnen auf einmal haben wir schon die Serienmeisterschaft von Red Bull eigentlich zerstört oder mit der Konferenz das ist der einzige Grund der Druck war dann einfach zu groß das war jetzt unser Ziel und jetzt hören wir auf oder wie oder was wir wollten einfach einen anderen Meister haben tut mir leid aber das haben wir für den österreichischen Fußball gemacht nein sicher auch so also ich finde auch die Fanszenen werden immer größer werden sind sowieso seit Jahren kreativ in Choreografie und sonst was also von dem her finde ich auch cool und ich glaube dass der Gerard Kato sich sehr gut einreihen wird bei den großen Vereinen der Bundesliga aber es gibt natürlich auch Enttäuschungen was war die Enttäuschung der Saison deiner Meinung nach Patrick für mich war es einerseits dieser Trainerverschleiß für mich war es die Performance des war und für mich war es die Saison Performance von Austria Lustenau jetzt haben wir so lange eigentlich eh schon über eine Enttäuschung geredet ja aber Trainerverschleiß ja naja es waren halt einfach schon jetzt sieben sieben Trainerwechsel zu einem mal Jaisle weg Struber weg das sind zwei Monate in Liga zwei eh aber für die Bundesliga hat es das schon lange nicht mehr gegeben so einen Hund den er verstehe ist natürlich auch jetzt die freiwilligen Abgänge am Ende mit Thomas Silberberger man ein Manfred Schmidt will muss jetzt auch den Hut nehmen nachdem er das Europa Cup Playoff mit dem Erzähl noch bestratet bei der Austria war mal wieder Trainer weg bei Rapid war mal wieder Trainer weg Lustenau war unumgänglich also es war der Trainer war mal wieder der erste und der schwächste der gehen hat müssen Man sieht an den Beispielen Hartberg Klagenfurt und vor allem Sturm was es bringt wenn man ein bisschen länger an einem Trainer festhält und Blau-Weiß-Linz vor allem nach diesem Start in die Saison das habe ich vergessen bei meinem Take zu Blau-Weiß wo man dann eben nicht irgendwie panisch geworden ist und nach sechs Runden gesagt hat um Gottes willen wir gewinnen nichts wir steigen gleich wieder wohl eh ab wir brauchen einen neuen Input neue Impulse Namen hat Gerald Chaplena das Zepter gelassen und der hat In Alltag ja auch das gezeigt im Endeffekt also von dem her ja ich finde den Trainer echt ich bin ich komme halt aus Liga 2 von dem her finde ich den Trainer Verschleiß in der Bundesliga jetzt ja gar nicht so schlimm wenn man da den Vergleich zieht zu zweit da verlieren Leute ihren Job scheißegal Hauptsache der Hannes sitzt fest im Sattel bei der Ola 1 selber gerade mit Nachfolgerspekulationen angefangen in 20 Jahren Alter in 20 Jahren aber na wir werden in 20 Jahren da sitzen ist alles gut Trainer Verschleiß abgehackt deiner war die wahr Thematik ja wie oft wir über dieses Thema diskutiert haben wie oft nach irgendwelchen Spielen die Trainer über dieses Thema diskutiert haben es ist zu viel es ist einfach die Diskussion oder die weil ich finde auch die Diskussion ein bisschen nervig ja das ist so Boomer Tech ja der Wahr macht Völler die Schiedsrichter scheißt sich an es passiert immer wieder ja aber dafür ist er nicht da der Wahr ja ich verstehe es eh aber ich meine dann schalt man den Wahr ab dann reden sie alle über die Schiedsrichter die Diskussion oder die Kritik wird ja nicht ausgeschaltet in der Premier League werden die werden die Vereine abstimmen ob der Wahr eine Zukunft hat oder nicht ich weiß ja das ist schon ein relativ deutliches Zeichen finde ich das Problem ist halt einfach der Wahr bringt sich schon aber es gibt keine einheitliche Linie da gibt es einmal die Entscheidung so und dann wird der andere wieder so ausgelegt und im Endeffekt kennt sich nie einer aus ja warte dann nehme ich genau dieses Wahr-Thema du hast auf den Seiten das was du gesagt hast und nehme das Handspiel die Handspiel-Thematik nochmal komplett das gleiche es wird immer wieder Themen geben über die wir diskutieren werden also ja ich verstehe schon auch mir geht das auch am Sack wie der Wahr zum Teil einfach in Szene gesetzt worden ist aber mir ist ein bisschen die Thematik also diese Aufregung rund um den Wahr ist mir ein bisschen too much wäre aber ohne Wahr keine Aufregung um den Wahr war da was also wenn ich mich erinnere am Ende der vergangenen Saison Bundesliga Abschluss Pressekonferenz wo Christian Ebenbauer dann auch gesagt hat ja der Wahn muss besser werden da muss ich was tun der ÖfB hat reagiert hat mit Vitor Kassai einen sehr prominenten Schiedsrichter als Chef installiert aber das Gefühl dass es besser geworden ist habe ich neid seither um ganz ehrlich zu sein ja dran festhalten Zeit geben wie bei den Trainern ich sehe den Wahr aber ganz ehrlich ich bin jetzt nicht per se ein Gegner aber die Umsetzung ist einfach ungenügend es ist es ist ungenügend ich sehe aber den Wahr eher als Blitzerpleiter für die Schiedsrichter weil ansonsten wird das immer kumuliert wird die Kritik in Richtung eine Person ein Schiedsrichter gerichtet und so nimmst du ein bisschen den Druck vom Schiedsrichterwesen und das ist glaube ich heutzutage nicht so schlecht was machen die Schiedsrichter halt lieber dass sie ein Spiel leiten oder dass sie im Wahrkeller sitzen ja ok aber du bist wenn sie im Keller im Wahrkeller sitzt dann glaube ich wäre am liebsten vierter offizieller da muss ich die Trainer beruhigen und das das ist sicher angenehm wenn es ein Peter Pakul auf dich zukommt der ist eh entspannt ja eh voll nein ja ich verstehe ich finde Kai sollte einmal den vierten offiziellen mit einer Bodycam ausstatten das wäre geil mit Mikro und Bodycam ja ok aber das würde natürlich danach sicherlich etwas bewirken dass die Trainer etwas ruhiger glaubst du wirklich dass sie dann so emotional getrieben sind dass sie dennoch genau das wiedergeben würden mit dem Wissen das würde jetzt alles aufgezeichnet ich glaube mir wäre es wurscht ich glaube das vergisst im Laufe einer Partie so wie bei Big Brother keine Ahnung hast du wieder das Latko ich verstehe dein Vatik was war deine Enttäuschung nochmal ich habe es vergessen aus der Lust du kämpfst 20 Jahre dass du jetzt endlich wieder in der Bundesliga bist also über 20 Jahre dann bist du wieder in der Bundesliga spielst du eine wirklich überragende Premiersaison und dann ist alles wieder futsch ja zweite Saison ist von Aufsteiger halt immer schwieriger wie du jetzt bist und wir haben ja letztens auch schon mal darüber geredet wenn du am Mannschaftsbild 13, 14 Spieler hast dann wird es mit deiner Vorbereitung schon mal eng und dann wenn der Kader einfach auch nicht das hergibt dann wird es halt noch schwieriger also es hat im Grunde genommen eh vieles gegen Austria Lust schon im Vorhinein gesprochen und dann halt dieser ganze Negativlauf wo sie ja meilenweit entfernt waren vom rettenden Ufer das hat dann noch das Übrige getan Rückrunde war ja gut aber wir dürfen nicht vergessen die haben drei Punkte nach 17 17 Runden haben die drei Punkte gehabt und davon war ja auch kein einziger Sieg oder das waren ja drei Remis und das ist ja natürlich schon ein Schlag in die Maingrube ja es ist halt echt bitter weil du bist auch weg kriegst jetzt ein neues Stadion oder umgebautes Stadion das ist dann schon ein gefühlt neues Stadion dass du in der zweiten Liga hast wir wissen dass in der zweiten Liga wenn die Dirk wieder auf stick braucht keiner mehr diskutieren okay weil das Stadion kriegst du dann erst in der Bundesliga wieder einsteigen mit dem neuen Stadion ich glaube das wird halt auch das Problem sein du spielst eben in der kommenden Saison in Bregenz sie haben es wirklich auch in dieser Rückrunde geschafft in Bregenz finde ich gute Stimmung zu erzeugen die Fans von Austria Lusserna und dennoch das ist eben du hast dann halt kein richtiges Heimspiel und das wird eine schwierige Liga 2 Saison werden im kommenden Jahr für Austria Lusserna denn es wird wieder höchstwahrscheinlich ein riesen Umbruch sein mal schauen wer das Trainer übernimmt oder ob Andi Herauf bleibt ich glaube aber dass ein neuer Trainer kommen wird und dann schauen wir mal wie das läuft in Lusserna das war insgesamt 2024 bis jetzt kein klar Jahr für den Ländle Fußball ja könnte es aber vielleicht noch werden nein okay aber dann wäre prägend wenn Striffing noch nicht mal nach Halbzeit des Jahres ja all the best Austria-Lusserna wir sehen uns dann in der Zvara-Konferenz wieder das ist gut ich freue mich auf Austria-Lusserna also ich habe die gerne in der Zvara-Konferenz immer thematisiert aber ich glaube sie werden lieber in der Anzah-Konferenz bleiben ich glaube machen wir weiter mit dem Spiel der Saison Harald bitte dein Pick mein Pick 12. Spieltag Rapid Wien gegen Lask 3 zu 3 bei mir war es 20. Spieltag Rapids erster Darby Heimsieg gegen die Austria 3 zu 0 und mein Pick wäre Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß-Linz der 1 zu 0 Sieg der Königsblauen in Runde 8 welcher Partie beginnen wir ja ich fange gerne an ganz kurz der Lask führt in Hütteldorf bis zur 90. Minute mit 2 zu 1 91. Minute Marco Grüll 11 Meter Tor 2 zu 2 Ausgleich Rapid zu dem Zeitpunkt schon mit einem Mann weniger weil Nikola Sattelberger in der 78. Gelb-Rot gesehen hat 96. Minute Hussein Baldic Kopfball 3 zu 2 für den Lask aber das war es noch nicht 97. Minute Terry Gale der war tatsächlich irgendwann mal kurz nicht vorletzt Wahnsinn Ausgleich 3 zu 3 Rapid das sind die Fußballspiele die alle bis auf den der einen Spielbericht schreiben muss leben bist du einfach der das ist natürlich bitte das dreimal umschreiben müssen aber ja rein von der Dramatik vom Spielverlauf sicherlich von diesen drei Picks das Interessanteste also für jeden Fußballfan der jetzt nichts mit der österreichischen Bundesliga am Hut hat ist glaube ich so ein Spiel sicherlich am attraktivsten definitiv geile verrückte Schlussphase kann man nichts sagen Bei dir auch eine Rapid Partie Ja weil da war ich eben auch selber im Stadion und die Stimmung war auf beiden Rängen also sowohl von Rapid als von Austria Wahnsinn und Rapid hat 3 zu 0 zur Halbzeit schon geführt eben durch Matthias Seidel Guido Burgstaller und Marco Grühl und dann ist halt wirklich die Post abgegangen aber riesengroße Feier das Spiel war auch sehr ansehlich war super Tolle Feier Ich meine doch während dem Spiel nicht danach Ja eh danach da kommen wir ja noch zu den Aufregern der Saison Ja eh aber das bleibt trotzdem ich meine es hat eh eine ewig lange Tourstrecke von Rapid beendet endlich mal wieder beziehungsweise der erste Darbysieg im neuen Stadion Das steht seit 2016 ja jetzt haben wir 2024 Ja Ich habe da habe ich noch nicht einmal bei der Ole 1 gekackelt da war ich gerade mal ein Jahr in der Volksschule da war ich im Zivi Okay also Wahnsinn Ja nein ich glaube dass es so Ewigkeiten dauert aber es war sicherlich auch ein Spiel was im Grunde im Nachhinein natürlich auch in Erinnerung bleibt Ja da kann man nicht nur nein auch als Spiel Achso Ich meine jetzt die 90 Minuten am Platz ich glaube weniger spektakulär war vielleicht die Partie Salzburg gegen Blau-Weiß und dennoch das ist eben diese klassische David gegen Goliath Geschichte also mehr Kontrast hast du ja eigentlich nicht haben können in der Bundesliga Aufsteige gegen Serienmeister Ich glaube Salzburg hat in der ersten Halbzeit gefühlt zehn Großchancen gehabt Nikola Schmidt überragende Partie gespielt und dann der Turban für Ronny Waldo nach einem Kopfball oder Zusammenstoß mit Oma Solé und dann war es ja klar mit Turban schießt man immer da und er hat es dann geschossen außer Franky Schima Franky Schima bräuchte man eigentlich mal den bräuchte man eigentlich am Podcast dann müsste man das Mikrofon so herstellen und der wird immer mega laut werden also das ist ja Wahnsinn die Interviews mit Franky Schima waren eigentlich immer geil ja sicher aber der hat dann auch immer irgendeinen mit der Birne reingekaut oder? also dann wäre ein Rekord der Schütze der Bundesliga wenn er jedes Mal auf Turban tragen hätte ja genau sagen wir Stürmer Stürmer mit Turban treffen eigentlich immer so auch Ronny Waldo und ich finde es immer geil dass Ronny Waldo das Tor geschossen hat dass dann nicht irgendwer anderer war sondern er nimmt sich dem Ball außerhalb vom Sechzehner und schlenzt den ins lange Eck rein also das war schon eine mega coole Geschichte du verstehst blau-weiß geschluckt in Salzburg das war das war die erste Saison-Nederlage in der Bundesliga noch ich glaube sechs siegen und ein Remis liebe Grüße Richie ja hat er sich glaube ich auch sehr gefreut das machen ja nicht gerade wem wings du in deinem Laptop rein da war was okay aus der Klagenfurt Red Bull Salzburg 4-3 oh ja stimmt ah das Irving der Irving-Hatrick oder was ich Salzburg geht mit einem 2-0 in die Pause und verliert die Partie das war dann auch Meisterschaftsentscheidend im Grunde das hätte man eigentlich auch nehmen können aber für mich bleibt eher dieser Sieg dieses dieses Foto von Ronny Waldo einfach so in Gedächtnis von dem her habe ich mich auch dafür entschieden machen wir weiter oder haben wir noch was na sehr gut was haben wir ganz kurz Aufreger der Aufreger der Saison Patrick lass mich gleich ran also die Rapid-Vorfälle nach dem Wiener Derby die habe ich auch um da gleich anzuschließen steuer-märkische Stadion-Fragen so die Rapid-Vorfälle wir haben es jetzt eh schon angesprochen wir ich meine es war einfach deppert und ich weiß ganz genau ich kann mich noch erinnern an diese Answer-Konferenz wo wir gesagt haben wo ich gesagt habe Rapid ist Meister darin so eine aufgeheimende Euphorie zu zerstören und sie haben es drei Stunden später glaube ich schon gemacht das ist wirklich das gescheiteste was ich je von dir gehört habe und da stimme ich dir auch wirklich zu 100% zu als erstes habe ich mir gedacht sie verlieren fix die nächste Partie aber das sollte dann so schnell gehen um diese Euphorie zu zerstören gut ja ich glaube zu dem Thema hat jeder alles gesagt alles schon gesagt aber zu Stadion-Thematik in Graz auch noch ist die noch nicht erledigt im Gegensatz dazu Sturm will ein neues Stadion der GRK will ein neues Stadion der Landeshauptmann will ein Nationalstadion in Unterbremsstetten geil der Fakt ist wir spielen weiter in der Merkur Arena nächste Saison mit drei Fansektoren ja das finde ich auch ein bisschen strange und bist du dann in die Champions League spielst du in Klagenfurt genau der Rasen wird sich auch freuen in der Merkur Arena ja aber das hat der GRK hat ja in der Saison auch gespielt aber es muss ich meine abgesehen davon haben wir jetzt noch ganz vergessen Hartberg braucht übrigens auch ein Stadion braucht übrigens auch ein Stadion die Steirer sollten langsam aber sicher da ein bisschen was tun weil sonst wir sehen wer kriegt jetzt als nächstes ein Stadion ich meine ich habe mir heute gedacht du hast die Fußballhauptstadt Graz du hast den Zweitligameister du hast den Bundesliga Dubelsieger irgendwie sollten die jetzt einmal ein Länderspiel kriegen oder so aber sie wollen ja der ÖFB will ja nicht einmal Frauen also nicht einmal es will ja auch kein Frauenländerspiel in der Steiermark austragen weil dieses Stadion das geht halt nicht mehr ich meine schön wie sich die Infrastruktur in Österreich entwickelt hat dass man sowas sagen kann ja es ist trotzdem eines der moderneren Stadion gefühlt in Österreich also noch den Euro-Neubauten und ja okay du hast Autopad Glas Wörtersee Tivoli ja trotzdem unter den Top 10 ja gut super ja ich bin gespannt wie es wie es da weiter geht braucht Wolfsberg auch ein neues Stadion ja ich glaube die bauen die bauen die bauen die laufen die bauen natürlich in Wolfsberg wird es spart ja aber adaptiert oder wird was wirklich das ist wieder kein komplett neues Stadion 15.000 da wird es besser ausschauen als in Hartberg sagst du was glaubst was ist es wirklich das habe ich ja gar nicht am Schirm wie gibt es das ich bin der Schirm der Liga 2 das ist so die bauen 25.000 Stadion in Wolfsberg es gab Wolfsberg geil das wird ja richtig geil wenn Wolfsberg nämlich mit Jakbop im Sturm sehr geil na ich bin gespannt wer das erste Stadion dann neue Stadion in der Stadion kriegt ob es Hartberg ist oder ob es ich meine okay in Graz kann es eigentlich nur Doppellösung geben also ich glaube wenn Sturmans kriegt dann muss im Endeffekt dem GRK auch was Neues hinbauen oder vielleicht schaut das dann so aus wie bei Liverpool also in Liverpool einfach dass du nur so ein ein Grünstreifen noch so zwischen Everton und Liverpools Stadion einfach hast das ist ja der gibt irgendwas in Schottland wo glaube ich die Stadion noch näher beieinander sind oder was war denn das schnell was ist das schnell für nein ich glaube in Argentinien gibt es das auch nein aber es gibt in Schottland gibt es das da ich weiß jetzt gar nicht es ist nicht in Edinburgh sondern in woanders passt passt gut aber da sind die Stadion glaube ich die berühren sich fast fast angebäuden also ja Stadionthematik Neverending Story passt was jetzt man kann das auch zweistellig machen du kannst darunter auch ein Möbelhaus ein Lager von einem Möbelhaus machen großartig auch das ist Eishalle wird sich anbieten der Stadion auch das würde gehen also von dem her nein schauen wir ich glaube es steht außer Frage Sturm braucht ein neues Stadion vor allem wenn sie einfach künftig auch einmal in Graz vielleicht international spielen möchten in der Champions League dann brauchen sie eine Adaptierung wird sich mit den 18 Champions League Millionen noch nicht ausgehen nicht ganz aber vielleicht kommt dir dann noch was dazu Punkte Prämie neue Sponsoren du baust dir was auf vielleicht verkaufst du wieder einen Spieler um um 10 Mille dann geht das schon Alex Brass ZB Alex Brass genau Kütterspiele und Hafengruber will es nicht verkaufen können zumindest nicht in diesem Sommer weil die Verträge auslaufen Indeed Abschließend eine Kategorie haben wir noch nämlich den Transfer der Saison Patrick und Harald wer war der Transfer der Saison eure Meinung nach sagen wir es gleichzeitig probieren wir es ja Mohamed Bamba achso das ist auch ihr war auch Mohamed Bamba wir haben alle Mohamed Bamba aber welcher sonst wäre der erste oder der zweite sowohl als auch sonst hätte der zweite nicht funktioniert ich meine es ist schon eine geile Geschichte du kaufst Mohamed Bamba um 200.000 Euro dann schießt dir der sechs Tore und du verkaufst ihn um fünf Millionen nach Frankreich ja das ist der Traum eines jeden Sportdirektors in Österreich jetzt sage ich dir es haben wahrscheinlich mindestens fünf andere Sportdirektoren in Österreich umgelesen in ihren Mails oder WhatsApp Nachrichten das Angebot den israelischen Zweitliga-Stürmer Mohamed Bamba zu verpflichten aus dem letzten Sommer noch herumkugeln glaubst also wirklich der ist unter WRC hat dann eben ich glaube dass da einige vielleicht nicht einmal hingeschaut haben oder einmal kurz israelische Zweitliga lassen wir aus ich meine er war glaube ich Torschützenkönig in der israelischen Zweitliga also von dem her bin ziemlich sicher dass den nicht nur der WRC holen hätte können im Sommer aber Kärnten haben es gemacht alles richtig gemacht auch weil sie natürlich gute Verbindungen nach Israel haben und weil sie da vielleicht ein, zwei bessere Informanten haben die dann gesagt haben du schaut euch den tatsächlich einmal genauer an aber der ist ja auch jung das ist ja jetzt ja nicht einer der irgendwie mit 22 ich glaube der ist 21 21, 22 22 aber das ist ja nicht wie so ein 30-jähriger Stürmer aus der israelischen zweiten Liga sondern einfach ein junger Stürmer der die israelische zweite Liga zerschossen hat 200.000 Euro da machst du ja nichts da kannst du nichts falsch machen eigentlich wieso hat der noch kein Länderspieler absolut wie für die Elfenbeinküste eigentlich das ist ja gut 23 Teamspieler ja schon aber Karim Konrad der hat auch schon einige Spiele gemacht aber es ist halt es ist halt sehr sehr bitter für ihn ich meine ja in Lorient in der Ligue 1 ziemlich eingeschlagen was hast du da jetzt auf den 8 Tore 8 Tore 3 Assists in 16 Spielen ja bitte halt jetzt dass er abgestiegen ist ja aber top goal ist ja der der Mannschaft und ich glaube der top Vorlagengeber auch der Mannschaft und das obwohl er nur ein halbes Jahr in der Ligue 1 gekickt hat ja ich bin gespannt ob der bei Lorient bleibt oder ich meine der hat einen Vertrag bis 2028 Lorient den natürlich nicht verschenken aber den wird schon beherholen ja fix genau was weiß ich ist Adrian Kribic eigentlich noch ein Vertrag bei Lorient das wäre ein wildes Stimmt ich glaube schon was wirklich da hast du doch immer immer wegverliehen 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 oder ja ich aber ich glaube der war jetzt auch verliehen oder in der Saison an den FC Luzian aber ist eigentlich dass Adrian Kribic teurer war als Mo Bamba hat noch bis 25 aber Luzian hätte auch eine Kaufoption Mo Bamba mal schauen ob der überhaupt einen Vertrag für die Ligue 2 hat oder ob es dann irgendwie eine Ausstiegsklausel aktiviert wird wo du dann hast okay du kannst um 5 Millionen kaufen also ich glaube dass so Mannschaften wie Lyon oder ein bisschen die weiter vielleicht sogar schon europäisch spielen kommende Saison Lyon ja generell die waren ja total im Abstiegskampf und jetzt spielen sie Europa League also die haben einen mega Turnaround gehabt also ich glaube schon dass wir Mo Bamba nicht in der Ligue 2 sein werden sondern dass der in der Champions League mit Sturm in der Champions League mit Sturm ja vielleicht Mo Bamba nein der ist zu teuer der ist zu teuer der kostet es je nachdem was er ausverhandelt hat einen Ausstiegsklausel aber du zahlst jetzt 10er sicher 10 Mille also der WAC alles richtig gemacht mit diesem Transfer obwohl Maxi Hendrup war eigentlich auch ein Transfer den haben wir jetzt schon als Aufsteiger ich hätte Maxi Hendrup auf drei Positionen hingeben können auf Aufsteiger auf Überraschung und als Aufreger nein als Transfer Enttäuschung der Saison auch dass er nicht Torschützen können Quartner also ich finde auch Maxi Hendrup Matthias Seidel haben wir ja auch schon besprochen Dimitri Lavallee finde ich ist auch wie den Sturm Kolder da immer dachte so ja okay nette Kaderergänzung aber der war jetzt hinten raus ein Schlüsselspieler im Weg zum Meistertitel total na es waren schon gute Transfers dabei aber ich finde trotzdem Mobamba ist überstrahlt im Kunde da ist einfach die nicht nur die Leistung am Platz sondern eben auch diesen weiter Verkaufswert der war eben überragend aus Wertsiesicht und ich glaube nicht also da wird es sicherlich genügend Angebote geben im Sommer der wird einen neuen Verein finden so das war es mit den Awards oder hast du noch irgendwas Abschließend der Podcast des Jahres für euch ich gehe mit DBLDW Beste Liga der Welt Beste Liga der Welt natürlich unsere Podcast Freunde absolute Hörempfehlung immer wieder und wer ist dein Podcast Zwarer Konferenz ja auch gut es gibt so viele coole Podcasts mittlerweile um den österreichischen Fußball ich glaube wir hauen jetzt ein paar ein oder rund um Rapid von Maximilian großartig was er gemacht hat Black FM meisterlich genau der Heinz der Heinz von Rapid 1899 FM Admira Podcast auch stark Admira die Südstädter Dreierkette wer hat der Alter Atenuhio man kennt sich man schätzt sich Dino Casali und Atenuhio großartig spielfrei ist jetzt nicht klassisch österreichischer Content internationaler Fußball aber auch sehr stark Irgendeiner fällt jetzt sicher da No Go Rapid und Austria auch sehr gut um am Laufenden zu bleiben was haben wir noch wie viel hörst du Wahnsinn für mich ist es echt schlecht dass ich jetzt nicht mehr so weit öffentlich fahre deswegen habe ich halb so viel Zeit um Podcasts zu hören Fest und Flauschig Fest und Flauschig Inside Austria auch guter Podcast der Kollegen vom Standard natürlich die Kollegen von Sky auch mit dem Depp der Audiobeweis Ballesterer natürlich Ballesterer immer wieder ganz sehr sehr interessante Specials von dem her die österreichische Fußball Podcast Szene lebt und wir sind ein Teil davon danke dafür es macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß und abschließend auf einer Skala von 1 bis 100 wie legendär war diese Spielzeit 2023 2024 100 100 das war schon geil das ist ja too much oder 100 100 100 würde ich sagen was ist deine 100 Saison eine 100 Saison ist eine wo drei Teams am letzten Spieltag noch Meister werden können und nicht der Tabellenführer der Tabellenführer Meister wird und wo sich der Abstieg am letzten Spieltag entscheidet das ist eine 100er Saison für mich wisst ihr warum es für mich 100 war weil ich mit euch das jetzt zu verfolgen konnte aber da kommt nur der Hater am Astro also für mich ist es eine 78 uh wirklich na du hättest schon also 84 geht ich schon hergeben na schon 84 geht ich für die Saison glaube ich schon hergeben weil es einfach echt coole Geschichten mit dabei waren also gerade die Titelentscheidung am letzten Spieltag klar ein bisschen fällt der Abstiegskampf der ist ein bisschen zu früh zu Ende gegangen aber du hast den Kampf um den Strich gehabt du hast da so viele andere coole Stories gehabt die diese Saison auch geprägt haben aber ich bin gerade zu überlegen was war so eine überragende Bundesliga Saison wo ich glaube schon diese die letzte Rapid Meistersaison aufgrund dessen weil eben das auch so die Saison vor der Europameisterschaft war da war gefühlt irgendwie noch mehr Fokus auf der österreichischen Bundesliga ist mir zumindest vorgekommen wenn es den Cup nicht gegeben hat in der Saison und der SV Horn der Amateur Cup-Sieger geworden ist wenn du dich noch erinnern kannst was ist das für eine Wertschätzung für den österreichischen Cup dass davon gesagt hey weißt du was die andere Saison spielen wir mal Kahn-Cup und Horn damals glaube ich sind es Cup-Sieger geworden keine Ahnung cool ja super die nächste wird noch besser ich sag dir es hat so einen Meisterkampf Dreikampf erst geben es war ja das wo Salzburg, Austria und Rapid Dreikampf waren war das 2011 oder 12 oder sowas in der Richtung das ist gar nicht so lang her ohne Scheiß Rapid ja da war die Austria am Ende Zweiter und Rapid Dritter Salzburg war erster sicher und es haben eh am letzten genau letzten Spieltag hätten alle drei noch Meister werden können Salzburg hat aber gewonnen die Austria hat gewonnen Rapid hat gewonnen das ist alles in der Reihe geblieben ja passt gut wie geht es weiter wir machen jetzt einmal Sommerpause Sommerpause bis zum ersten Spieltag glaube ich ich bin in der ersten Runde nicht da ich bin auf Urlaub von dem her das wird eine wir suchen einen Nachfolger für Johannes Kristoff in 20 Jahren vielleicht in 20 Jahren nein die nächste Episode die geht einmal ohne mich über die Bühne aber für uns geht es ja es gibt jetzt noch ein Team der Saison Ansaparnir korrekt es gibt noch eine Zweierkonferenz wo wir die Saison abschließen generell ganz viel Euro-Content du bist bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei wir haben dich nominiert ich freue mich schon ich freue mich schon zuerst einmal geht es ins Trainingslager nach Windischgassen hoffe ich kann mich dann für den finalen Kader empfehlen nachdem sonst niemand akkreditiert ist wird es leicht werden für mich ja sehr gut wirklich reine Speedos nicht mir ist in den letzten Tagen so Idee gekommen wir könnten eigentlich einen Telefonpodcast machen bei Anruf Brantl wo wir dann kurz über deine Erlebnisse bei der Europameisterschaft ein bisschen sprechen ich habe geglaubt Übertelefone ja genau Übertelefone ja was ist auf einer Skala von 1 bis 100 wie legendär war das Nokia 3210 kennst du das überhaupt nein wahrscheinlich irgendein altes Nokia das bis heute noch überlebt und wahrscheinlich noch immer einen Akku hat obwohl du so 5 Jahren aufgenommen hast ist gut sind wir bei 95 ungefähr also es gab Nokia 23 ja ich glaube schon es ist 3310 auch gehabt weiß ich nicht mehr ich habe auf sowas nie großen Wert gelegt das tut mir echt leid ja aber der Rekord bei Snack der war da wurscht auch das nein sorry was war deine Bestzeit bei der AFG Challenge in Kitzbühel selbst wenn ich ja Wiener bin ich war draußen in meiner Freizeit ja vielleicht hast du wenig gehabt ja nur Alkohol und Drogen nehmen da in Wien die ganzen Stadtkinder heutzutage ja und besoffen kann man nicht gescheit Snack spielen das stimmt natürlich am Lound haben wir nur Snack gespielt weil es aber sonst nichts gegeben hat Patrick ich habe am Handy auch Snack gespielt damals als Kind aber ich kann mich absolut nicht mehr erinnern dass man da Punkte kriegt hat also ich weiß noch du hast dich selber nicht passen dürfen am Ende was war es was mir jetzt einfach auffallen ist während dieser Episode dass ich den Bulli glaube ich irgendwann nochmal waschen muss weil der stinkt schon ziemlich dementsprechend will ich mich am Ende dieser Folge noch bei euch entschuldigen und ja das war es aber die erste Saison beziehungsweise Halbsaison der Arnser Konferenz wir gehen in die Sommerpause wünschen euch schöne Wochen viel Spaß bei der Europameisterschaft und tragt es in die Welt hinaus das ist ein Fußball Podcast für Österreich Ciao Ciao Servus Wer hat es richtig hingekriegt Alter Wahnsinn Wie warst du zufrieden mit ihm? Extrem schlecht begonnen und am Ende live an würde ich sagen Es ist immer spektaklich für die Zuschauer glaube ich wir bleiben bodenständig und was soll ich jetzt was sagen Ich bin wirklich glücklich da ich habe keine Worte jetzt Aus Ende